Kedu liebe Gemeinde und willkommen zu Alles zerfällt von Chinua Achebe. Es geht in diesem Roman aus dem Jahr 1958 um das Ende der traditionellen Gesellschaft und die Ankunft weißer Missionare in einer Gegend, die heute zu Nigeria gehört und damals Teil der Igbo-Kultur ist. So heißt auch die Sprache Igbo. Mit dabei sind Okonkwo, ein angesehener und wohlhabender Mann seines Clans Umofia mit drei Ehefrauen und acht Kindern, darunter sein ältester Sohn Nwoye und seine Tochter Esinma. Okonkwo ist extrem fleißig und ehrgeizig, aber leider auch etwas verbissen und jähzornig, weshalb er immer wieder austickt, wenn sein Sohn Nwoye ihn enttäuscht. Der ist halt kein solcher Workaholic. Ach, der ist eine Enttäuschung. Hier, die Esinma, die ist die Einzige, die mich versteht. Warum ist die kein Junge? Denn die Sphären von Männern und Frauen sind in der Igbo-Gesellschaft deutlich voneinander getrennt. Okonkwos bester Freund ist Obierika, ein wohlhabender Nachbar. Dann wird noch der junge Ikemefuna, der als eine Art Geisel ins Dorf kommt, eine wichtige Rolle spielen und natürlich viele andere. Eine Anmerkung vorweg. Ich entschuldige mich dafür, dass die Figuren überhaupt nicht realistisch kostümiert sind. Es fehlen mir schlichtweg Wissen und Ressourcen, um das zu realisieren. Bitte betrachtet die Figuren als das, was sie sind. Freundliche HelferInnen eurer Vorstellungskraft, denn da findet das Ganze natürlich statt. Ok, es wurde ja schon gesagt, dass ich sehr wohlhabend und fleißig bin, weil mein Vater ein absoluter fauler Nichtsnutz war und entsprechend an einer unehrenhaften Krankheit gestorben und im bösen Busch begraben worden ist. Aua! Ja, hast du verdient. Ich hab mich von ganz unten hochgekämpft. Ich hab mir Jamswurzeln vom Nachbarn ausgeliehen. Ich hab geschuftet. Ich hab gekämpft. Ich hab noch nicht alles erreicht, aber ich bin noch jung, wartet's ab. Eines Abends kündigt der Ausrufer für den nächsten Morgen eine Versammlung aller Männer des Dorfes an und dort erfahren sie, also, der Nachbarclan hat eine unserer Frauen umgebracht, das heißt entweder Krieg oder die Rücken geiseln raus. Okonkwo wäre ein kleiner Krieg gar nicht so unrecht, denn er ist ein berühmter Krieger. Er hat sogar schon Menschen im Kampf getötet und jetzt wird er geschickt, um die Forderung zu überbringen. Deswegen tatsächlich gehen die Nachbarn darauf ein. Er kommt zurück mit einer Jungfrau und mit Ikemefuna. Die Jungfrau wird dem Geschädigten als Entschädigung übergeben und mit Ikemefuna geht er nach Hause und sagt, erste Frau, das ist sie hier, Ekwefi, und er sagt, also, der Junge gehört jetzt dem Clan und wohnt bei uns. Ja, und wie lange? Tüte, tu, was man dir sagt! Wenn er aufgeregt ist, stottert er leicht ein bisschen und dann schlägt er oft zu. Aua! Ja, ein Mann muss Stärke zeigen. Für diese Haltung kriegt er nochmal richtig Ärger, nämlich mit ihr hier. Ja, hallo, ich bin seine jüngste Frau. Er schlägt mich, weil sein Essen nicht rechtzeitig fertig ist, weil ich bei der Nachbarin war, weil ich mir die Zöpfe hab machen lassen, obwohl geweihte Woche ist. Das ist die Woche vor der Aussaat der Jamswurzeln, da muss jeder Frieden halten. Deshalb muss er nämlich Strafe zahlen und er so grrrr. Der Jamsanbau bestimmt den Jahreskreis des Dorfes. Alle sind von der Ernte abhängig. Der kleine Ikemefuna lebt sich nach anfänglichen Schwierigkeiten richtig gut bei Okonkwos Familie ein. Er wird wie ein älterer Bruder für Nwoye und der entwickelt sich daraufhin auch besser und Okonkwo so, boah, ich liebe den Ikemefuna voll. Ich würde es ihm natürlich niemals zeigen. Dann kommen die Heuschrecken und wir denken erst so, oh Gott, Heuschreckenplage. Aber die freuen sich voll, denn abends, wenn die Heuschrecken müde sind und sich nicht mehr so bewegen, sammeln die Dorfbewohner sie einfach ein und rösten sie. Lecker, es gibt was zu knuspern! Und dann sind die am knuspern. Da kommt einer der Dorfältesten vorbei, nämlich Eseudu und sagt, der Junge nennt dich Vater. Du darfst mit seinem Tod nichts zu tun haben. Was? Das Orakel hat das so entschieden. Und einige Tage später sagt er zu den beiden, okay, Ikemefuna, du wirst morgen nach Hause gebracht. Nein! Sein Sohn tickt voll aus, fängt an zu heulen, dafür wird er vom Papa geschlagen. Aua! Und jetzt bewaffnen die Männer des Dorfes sich, nehmen Geschenke mit und gehen mit Ikemefuna los, um ihn nach Hause zu bringen. Komischerweise hält Papa sich immer so von ihm entfernt. Wieso hält denn der so einen Abstand? Was soll denn das? Da ist doch was im Busch! Papa, Sie töten mich! Und er rennt auf Okonkwo zu und der hat Angst, für schwach gehalten zu werden, deshalb sticht er ihn nieder. Aua! Und Ikemefuna wird getötet. Drei Tage lang sitzt Okonkwo in seinem Obi, also in seiner Hütte, trinkt nur Palmwein, das ist das alkoholische Getränk, isst nichts, hat ganz rote Augen. Irgendwann geht er zu seinem Freund Obi Erika und sagt zu ihm, warum bist du nicht mitgekommen? Du hättest auch nicht mitgehen sollen. Was du getan hast, wird der Erde missfallen. Also ein Omen, das den Okonkwo vielleicht irgendwann einholt. Im Gespräch kommen sie dann auf Traditionen zu sprechen, es geht um die Hochzeit von einer von Obis Töchtern und er findet wieder ins Leben zurück. Nun wird seine Lieblingstochter Esinma ziemlich krank und ihre Mutter ist total aufgeregt. Hier, Ikwefi, sie stirbt, ich hab doch schon neun verloren. Und Okonkwo so, nein, sie stirbt nicht. Das mit der Kindersterblichkeit lag doch daran, dass du immer ein Okbanje, ein Wiedergängerkind hattest. Aber unsere Kleine ist kein Wiedergängerkind mehr. Letztes Jahr haben wir vom Heiler ihr Iyahuwa ausgraben lassen. Die hat jetzt nur IBA, also Malaria, ich hole Kräuter. Und mithilfe einer kleinen Zwangsinhalation wird sie tatsächlich wieder gesund. Wir erfahren dann, wie ein Gerichtsprozess in Umuofia läuft. Es gibt neun maskentragende Egwugwu. Das sind die Klangeister, die als Richter fungieren. Angeführt von ihm hier, böser Busch, dem brennt der Kittel. Also dem steigt immer Rauch aus dem Kopf auf. Ja, ich bin auch einer davon, aber wir sprechen nicht darüber. Verhandelt wird übrigens ein Fall von Gewalt in der Ehe und der Mann wird verurteilt. Und wo wir gerade bei rituellen Dingen sind. Eines Nachts kommt die Orakelpriesterin Ciello vorbei und sagt, wo ist deine Tochter Esinma, Egwifi? Und sie sagt, hier, wieso? Akbala verlangt nach ihr. Akbala ist eine Göttin und den Eltern bleibt nichts anderes übrig als ihr Kind. Der Priesterin zu überlassen, die nimmt es huckepack und joggt mit ihr so durch den Busch. Und es ist sehr anstrengend, ihr zu folgen, was die Mutter natürlich tut, besorgt, wie sie ist. Papa folgt ihnen auch. Die geht dann in eine Höhle mit der kleinen, so Orakelhöhle. Aber am nächsten Morgen bringt sie das Kind unversehrt ins Dorf zurück. Ja, es muss ja nicht immer alles schlecht ausgehen, oder? Apropos schlecht ausgehen. Der alte Eseudu ist gestorben. Und weil er ein angesehener Krieger war, gibt es eine Riesenbeerdigung. Ja, es wird getanzt. Alle, die ein Gewehr haben, bringen es mit, um Salut zu schießen. Das tut Okonkwo auch. Und dabei macht es plötzlich Bang. Aua! Oh nein! Mein Gewehr ist explodiert. Wahrscheinlich Materialermüdung. Und hat den 16-jährigen Sohn des Toten unabsichtlich umgebracht. Wir müssen weg! Sieben Jahre Verbannung! Noch in der Nacht packt Okonkwo und packt seine Familie alles zusammen, was sie haben. Und flieht nach Mbanta. Das ist das Dorf, wo seine Mutter herkommt. Am nächsten Morgen wird sein Hof tatsächlich zerstört. Sein Onkel Uchendu nimmt Okonkwo sehr freundlich auf und sagt, Mensch, das tut mir so leid, was dir passiert ist. Ich kümmere mich um die notwendigen Opfer. Meine Söhne überlassen dir Saatjams. Na toll. Und wir fangen wieder von vorne an. Das ist so hart. Ich war kurz davor, einer der Clan-Chefs zu werden. Und jetzt zerfällt alles. Sei nicht so bitter. Sei dankbar. Deine Mutter tröstet dich. Und Okonkwo arbeitet hart. Und nach einem Jahr besucht ihn dann Obierica. Und der so, ich freue mich so, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Ich muss dir was erzählen. Das Dorf Abame ist weg. Da ist ein weißer Mann gekommen, den sie getötet haben. Und nach einiger Zeit kamen weitere Weiße. Und die haben das ganze Dorf platt gemacht. Aua! Naja, aber die waren irgendwie auch nicht besonders helle dort. Naja, man kann es sich nicht so richtig aussuchen mit den weißen Männern. Zwei Jahre später sind Missionare in Mbanta aufgekreuzt. Und sagen solche Dinge wie, hey, wir sind doch alle Brüder. Aber ihr betet die falschen Götter an. Nur unser Gott ist der wahre Gott. Und die so am Arsch. Wie bitte? Aber dann fangen die auch noch an zu singen. Und dieser gezielte Medieneinsatz wirkt Wunder. Zum Beispiel bei ihm hier. Das ist Nwoye, der Sohn von Okonkwo. Jetzt in fast erwachsenem Zustand. Das ist die Antwort auf alle meine Fragen, dieses Christentum. Das ist so tröstlich. Und Okonkwo sagt, ach, die sind doch alle verrückt. Aber sie sind eben auch hartnäckig. Hier, Leute von Mbanta. Wir wollen eine Kirche bauen. Und die so, guck mal da hinten im bösen Busch. Da könnt ihr bauen. Die sind in Nullkommanix tot. Aber diese Christen bauen ihre Kirche und sterben einfach nicht. Die sind ja schon sehr mächtig. Ist da doch was dran an der Botschaft? Und Nwoye fängt an, wirklich an das Christentum zu glauben. Sein Vater bekommt das mit. Und er sagt, ich schlag dich tot. Er ist kurz davor, das zu tun. Als Uchendu einschreitet und sagt, lass den Jungen in Ruhe. Und der läuft weg. Und der so, grrrr, ich verfolge ihn, ich bringe alle Christen um. Ach, das hat doch keinen Sinn. Er ist es nicht wert. Er ist wie sein Opa. Gerade die Ausgestoßenen und Untergeordneten des Clans werden jetzt ChristInnen. Ja, wir retten sogar Zwillinge. Die werden nämlich in der Igbo-Gesellschaft immer zum Sterben ausgesetzt. Und wir nehmen auch die Outcasts auf. Ein besonders eifriger Christ tötet dann einen Python, also ein heiliges Tier der Igbo, stirbt aber kurz darauf. Sodass Hoffnung besteht. Ja, vielleicht regeln die Götter ihre Angelegenheiten ja irgendwie auch selber. Okonkwo kann nur noch den Kopf schütteln. Sagt aber, zah, nein, ich bin die längste Zeit hier gewesen. Meine sieben Jahre sind abgesessen. Ich gebe noch ein großes Fest für meine Verwandten. Danke für eure Hilfe und tschüss. Und dann geht's heim nach Umuofia. Ich habe entscheidende Jahre verloren. Ich habe einen Sohn verloren, aber ich bin wieder wohlhabend. Und ich habe zwei bildschöne, heiratsfähige Töchter. Das wird ein Auftritt. Hier, das ist ihr Sinn mal in Erwachsener. Kann doch kein Mann widerstehen, oder? Leider klappt das mit dem glorreichen Einzug nicht so, wie er sich das erhofft hat. Der Obi-Erika sagt, welcome back, es gibt hier Neuigkeiten. Zum Beispiel gibt es jetzt die Missionsschule von Mr. Brown. Dann gibt es den District Commissioner, die weiße Regierung, die ihre Glaubensschäfchen beschützen, nämlich mithilfe von Gerichtsdienern. Außerdem gibt es noch einen Handelsposten. Sag mal, warum habt ihr die nicht sofort alle rausgeschmissen? Aber die Zeiten haben sich halt geändert. Auf den relativ klugen Mr. Brown folgt ein Scharfmacher namens Smith, der jetzt die Geschicke der Gemeinde leitet. Also der ist der neue Missionar. Einer seiner Anhänger, er hier, tut etwas sehr Schlimmes, nämlich bei einem religiösen Fest im Dorf reißt er einem der Clangeister, der Egwugwu, die Maske herunter. Und der wird natürlich sofort geschützt, damit niemand ihn sieht, aber die sind sau wütend. Und dann sagen, aus dem Weg, wir machen deine Kirche platt. Nein, ihr könnt meine Kirche nicht platt machen. Und dann machen sie seine Kirche platt. Er geht gleich zum District Commissioner Petson und dann kommt ein sehr freundlicher Bote von diesem District Commissioner und sagt, mein Herr hätte gern die Anführer von Umuofia gesprochen zu einem Palawa im Hauptquartier. Okonkwo ist jetzt einer der sechs Männer, die als Abgeordnete ihres Dorfes ins Hauptquartier des District Commissioners gehen. Aber bevor sie noch irgendetwas Inhaltliches geredet haben, werden sie entwaffnet und gefangen und er sagt, tja, meine Lieben, ich werde euch nichts tun, aber ihr müsst schon auch kooperieren. Kirche kaputt machen geht überhaupt nicht. Zur Strafe zahlt euer Dorf 200 Sack Kaurimuscheln. Das ist die Währung. Sie schweigen. Sie werden kahl geschoren. Das zeigen wir jetzt mal exemplarisch an unserer Hauptfigur. Was eine Entehrung darstellt. Dann zahlt das Dorf die Strafe und sie gehen nach Hause. Am nächsten Tag ist Dorfversammlung, in die Okonkwo jetzt seine ganze Hoffnung setzt. Er geht natürlich davon aus, dass sie jetzt gegen die Weißen in den Krieg ziehen. Da kommen Gerichtsdiener. Er stellt sich in den Weg und sagt, was wollt ihr? Der weiße Mann hat befohlen, dass die Versammlung aufgelöst wird. Und tschack, sticht er ihn nieder und haut ihm den Kopf ab. Und die so, oh Gott, warum hat er das getan? Okonkwo schaut sich um und versteht, Umuofia wird nicht in den Krieg ziehen. Und dann geht er. Es dauert nicht lange, bis der District Commissioner da ist und sagt, wer von euch ist Okonkwo? Er ist nicht da, wir können dich zu ihm führen. Okonkwo hat sich im Wald erhängt. Vielleicht können deine Männer uns helfen, ihn abzuschneiden und zu begraben. Wir dürfen es nicht. Der schaut sich das alles an und Obi-Erika sagt, dieser Mann war einer der größten Umuofias. Du hast ihn dazu getrieben, sich zu töten und nun wird er verscharrt werden wie ein Hund. Und er sagt, hm, vielleicht ist das Stoff für ein Kapitel von meinem Buch, die Befriedung der eingeborenen Stämme am unteren Niger. Naja, eher ein Absatz. Und das, liebe Gemeinde, war Alles zerfällt von Chinua Achebe. Vielen Dank. Klarheit und Einfachheit gehören zu den schwierigsten Herausforderungen der Literatur. Aber wenn eine Künstlerin sie erreicht, dann wird das Werk nicht vergessen werden. Und ich bin sicher, dass dieser Klassiker zu denjenigen gehört, die auch in Zukunft bleiben werden. Einerseits schildert Chinua Achebe das ganz normale, traditionelle Leben in einem Igbo-Dorf, die patriarchalische Gesellschaft, die Bedeutung des Ackerbaus, die Feste. Und das alles anhand des kantigen Charakters von Okonkwo, den wir nie wirklich sympathisch finden können, weil er unter seiner rauen Schale so viel Angst vor dem Versagen hat, dass er nach außen hin schroff und gewalttätig ist. Und doch, er freut sich über seine Kinder, er liebt sie, er leidet unter ihrer Abwesenheit und natürlich unter dem Tod von Ikemefuna, auch wenn er das alles niemals zeigen würde. Bedingt durch seine Charakterschwäche gibt es eine Verstrickung, die Okonkwo und seine Familie in die Verbannung treiben, wie in der griechischen Tragödie, und die ihn dann nach seiner Rückkehr die Veränderung in Umuofia umso stärker erleben lassen und radikalisieren. Wir tauchen in die Igbo-Gesellschaft ein. Wir lernen die Schönheit dieser Kultur kennen, die sich in Traditionen, in Festen, im Zusammenhalt, in ihren Werten zeigt. Und wir lernen ihre Schattenseiten kennen, die auch von Mitgliedern dieser Gesellschaft so empfunden werden. Nämlich zum Beispiel die Unterdrückung der Frauen, die Gewalt, die Tötung von Unschuldigen, wie Ikemefuna oder die neugeborenen Zwillinge. Die hierarchische Gesellschaft mit harter Ausgrenzung. Dieses kulturelle Lernen über die Igbo-Gesellschaft ist in Alles zerfällt noch wichtiger als die Darstellung des Eindringens der Weißen und die komplizenhafte Zusammenarbeit von Missionaren und Weißer Kolonialherrschaft, die selten akzeptabel ist, wie bei Mr. Brown, in der Regel ungerecht, ignorant, unzerstörerisch, bis alles zerfällt. Es ist keineswegs so, dass vor der Ankunft der Weißen alles in Ordnung ist. Aber es ist eine Kultur, die mit den patriarchalischen europäischen Gesellschaften absolut auf Augenhöhe ist. Ich beschäftige mich ja viel mit Schullektüren. Ich habe aber noch nie gehört, dass dieses Buch im Englischunterricht gelesen wurde. Ich finde, Alles zerfällt sollte unbedingt in den Pool von Büchern gehören, die in der Oberstufe gelesen werden. Zwar gibt es viele Igbo-Wörter, aber die werden erklärt. Und das Englisch ist einfach genug. Indem wir einen afrikanischen Blick auf die Igbo-Gesellschaft an der Grenze zwischen Tradition und Kolonialherrschaft kennenlernen, lernen wir sehr viel über unsere eigene Gesellschaft. Sehr entschiedene Empfehlung. Soweit mein Senf zu Alles zerfällt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, teilt es, abonniert mich. Wenn ihr meine Arbeit noch mehr unterstützen wollt, bitte werdet Teil der Weltliteratur-Community auf Steady. Ihr bekommt einen exklusiven Einblick in meine Arbeit und seid regelmäßig in Kontakt mit mir. Liebe Grüße, lasst es euch gut gehen und lest was Schönes. Tschüss!